Schaltet den Kommunikationssatelliten aus. Wir erwarten euch am Treffpunkt. Verstanden, Shiro. Nach dem bisherigen Verlauf passiert er die dunkle Zone in fünf Ticks. Ganz locker bleiben. Vier. Nur die gesamte Allianz hofft, dass wir die Geira-Kommunikation nahmlegen. Eins. Nichts, die Dövnis sind allamos lesen. Pitsch! Launcher! Kommunikation ausgeschaltet. Geistsignal initiiert. Vollautomatisch, sodass die Geira denken, es funktioniert. Uns bleiben acht Stunden, bis sie es rausgefunden haben. Bis dahin gehen keine Signale rein oder raus. Koron überwacht die Aktion und den Satelliten vom Schloss aus. Tolle Arbeit, Leute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017